Die Besserbemesser. Einfach Engineering. Ruhe on Air! Hallo, heute erklären wir euch den Unterschied zwischen Dübeltheorie und Reavertheorie. Michael, leg los! Gerne. Wir starten direkt mit der Bemessungsnorm für nachträglich eingemeldete Bewährungsanschlüsse in Eurocode 2 Teil 1. Ich mache weiter mit dem Eurocode 2 Teil 4, eindeutig für die Dübel, gelauncht in 2019. Welche Lasten können wir denn mit einem Bewährungsstab übertragen? Das sind leider reine Zuglasten, die wir mit der Theorie nach Eurocode 2 Teil 1 übertragen können. Beim Dübel etwas anders. Hier können wir Zug- und Querkräfte übertragen. Das heißt, ein bisschen eine andere Vorgehensweise. Wie sieht der Lastabtrag beim Reaveranschluss aus? Wir verhindern das spröde Versagen und können deshalb auch nur die Zugkräfte übertragen. Die Versagensmechanismen beim Dübel bestehen aus Stahlversagen, Betonausbruch, Herausziehen und Spalten. Der große Unterschied ist eben hier, der Betonausbruch, den gibt es nämlich bei Reaver nicht. Beispielhaft mal direkt anschließend, das sind die einzelnen Ausnutzungen, die nachher entstehen. Das ist das Ergebnis, immer einfach die Kapazität, okay, zu wie viel Prozent ist das Ganze ausgelastet. Bei der Dübeltheorie sind wir letztendlich auf 20 mal d, also die Einbindetiefe auf 20 mal d, beschränkt. Tiefer können wir nun wirklich nicht gehen, obwohl der Beton einfach nicht aktiviert werden kann. Wir hatten eben die einzelnen Versagensarten bei der Dübeltechnik, jetzt bei Reaver. Hier geht es hauptsächlich um das Stahlversagen und das Herausziehen oder das Spalten. Die kompletten Betonausbruchsnachweise fehlen hier natürlich. Der Lastabtrag bei der Dübeltheorie geht halt wirklich in den Beton. Das heißt, wir aktivieren den Beton, über die Dübel werden die Kräfte eingeleitet und hier halt wirklich aktiviert, beziehungsweise der Beton wird genutzt. Wie sieht es aus mit den Randabständen, beziehungsweise mit der Betonüberdeckung? Das ist ganz klar im OO Code 2 Teil 1 geregelt und für alle nachträglichen Bewehrungsanschlüsse identisch. Bei Reaver haben wir letztendlich eine wesentlich höhere Einbindetiefe, also eine größere Verankerungslänge. Wir aktivieren hier wesentlich mehr Beton. Die Begrenzungen sind bei 60 mal d. Erinnerung, Dübel waren 20 mal d. Und aber auch hier haben wir eine größere Mindesteinbinde oder Verankerungslänge. Anders als bei Reaver ist bei den Dübeln je nach Dübel der Randabstand in der ETA geregelt, also nicht überall gleich. Und zum Schluss, das Ergebnis, was wir letztendlich bei Reaver rauskriegen im Gegensatz zu Dübel, ist nicht eine Ausnutzung, sondern die Verankerungslänge selbst. Vielen Dank.